Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner Flussreise durch die katastrophal überflutete Welt von Raaf. Ja, ich bin schon voll im Einsatz, hab auch schon fleißig aufgenommen und dann war das alles Mist. Ne, ich hab hier mal den Zaun hier wieder aufgebrochen und hier so eine Reihe mit Stühlen für Zuschauer gebaut. Ja, das ist jetzt blöd, dann müssen wir hier hin. Das passt aber wohl. So. So. Und so, ne. Ja. Da, dann einfach nur ein Dach oben drüber. Eins, zwei. Und hier, Mitte. So. Ja, das muss ich hinterher mit einer Leuchte versuchen zu, äh, Brücken. So. Nee. So. So. Ich hätte ja gern so ein Zeltbächer oder so. Das wäre cool. Ja. Aber dann sieht es doch gleich schicker aus. Ne, wenn man da noch, hier. Wenn man da noch was für die Zuschauer hat, so ein bisschen. Ist doch schön. Ja. Sehr gut. So. Diese mittleren Festen will ich da irgendwie wegkriegen. Indem ich dann hier Leuchten anringe. Zumindest erst mal gucken, ob eine ausreicht. Ich glaube zwar nicht. So. So ungefähr. Und jetzt. Gucken, was passiert. Tada. Und hier hinten kriegen wir die auch weg. Yo. Sehr geil. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. Und dann können hier nochmal. Zwei von denen hin. Ah, da fehlt Glas. Na toll. Na, Glas ist ja hier jetzt. Mittlerweile. Na gut. Aber genau passend. So. Jetzt möchte ich nämlich. Hier eine haben. Und hier so eine haben. Sehr gut. Sehr gut. Dann brauche ich hier noch ein bisschen Beleuchtung. So. Hier noch einen. Und. Hier noch einen hin. Dass das hier alles gut beleuchtet ist. Und jetzt wollte ich nochmal. Hier so ein Hibiskus. Dafür brauche ich Palmblätter. Hab ich dir weggeräumt. Oh, anscheinend, ne? Palmblätter und Ton. Ich mag die Sehbiskus-Spräuche. Ton. Hier spielt der Ton. Bam bam bam. Einmal. 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 Zweimal. Dreimal. Viermal. Mindestens. Zack. So. Hier. Zack. 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 Und. Und. Äh. 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 Ja, so. Das ist doch schön. Können wir nochmal gucken. Hier diese Hängepflanzen. Welche waren das denn? Welche waren das denn? Monstera. Ne, das waren die auch nicht. Diese hängenden habe ich doch unten. diese Tangaroa Pflanzen, ne? Da musste ich mir vielleicht nochmal welche von Tangaroa holen. Das waren diese hier. Die wollte ich jetzt mal kurz haben. Tja. Eins. Zwei. Denken. Sieht doch schön aus so. Schöne Deko. Die Leute können trocken sitzen, wenn sie dem Meister beim Spielen zuschauen. Ja. Hat doch was. Ja. Finde ich schön. Finde ich schon ganz okay so. Ja. Dann gehen wir mal eine Runde pennen. Ja. Ja. Dann ziehen wir unseren Zoo hier weiter um. Jetzt wollte ich aber erstmal gucken, wie das mit den Wasserleitungen so funktionieren kann. Ähm. Die wollte ich ja nach oben verlegen, ne? So, lass uns mal gucken. Ähm. Von hier aus kurz. Jetzt. Hier vorkomme ich wieder nicht. Zack. So, lass mal loki loki machen. Wie das hier oben jetzt aussieht. Äh. Oh. Ähm. Wo kommt der denn wo raus? Hehehehe. Geiße. Hehehehe. Kein Anhaltspunkt. Äh. Dachte man würde denn hier oben vielleicht sehen. Jetzt muss ich mal gucken. Das sind. Eins. Zwei. Drei. 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 Vier. Genau da. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und. Naja. Quatsch. Nochmal. Also. Die Ecke plus eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Die. Eine Ecke plus sechs. Müsste dann ja hier sein. Warten sie. Warten sie. Eins. Na. Hier noch ein Stück so. Drei. 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 Vier. Fünf. Sechs. Und theoretisch müsste es einer mehr sein. Warte. Können wir rausfinden. Indem wir den mal kurz wegkloppen. So. Äh. Shit. Ähm. Hä? Ach so. Hehehehe. Jetzt sind wir hier drinnen. Na tolle Wurst. So. Das wäre. Die Wand hier. Die Wand. Ah. Das könnte passen. Die mittlere ne. Scheiße. Ne. Die mittlere ist schon mal schlecht. Hier kann ich erstmal weg machen. Das sieht eh kacke aus. So. Ähm. Müsste die mittlere Wand hier sein dann. Habe ich gesagt. Warte mal. Die mittlere Wand. Jo. Oh. Oh. Da muss ich noch einen von da rüber. Oh. 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 Und da wollen wir hin. Ne. Habe ich mir jetzt so gedacht. Ein da rüber gleiten. Mal gucken. Hier müsste es dann hinkommen. Äh. Kann man dort irgendwie sehen. das jetzt verbunden ist. Kann man nichts sehen. Hm. Sehe ich ja gleich. Entweder ist es Rohr noch da oder nicht. Hehehe. Hehehe. Ja Junge. So. Das Rohr ist. Noch da. Ha. Hätte nur einen hier rüber gemusst. Aha. Ach. So. Noch einen vor hätte ich. Ah. Ne. Das ist ja. Was ich weg haben will. So. das sollte doch jetzt funktion das mag ja das ist nicht verbunden das ist doch scheiße geht das nicht durch den boden durch ja dann müssen wir das immer noch lösen und leute jetzt habt ihr nichts zu saufen mehr warum nicht die batterien können doch nicht schon wieder leer sein was gestern noch just ausgetauscht in die scheiße das ist grausam mit den batterien ehrlich die sind auch nicht auf ach du ernst nicht aha kein saft mehr alle hat kriegen wir so dann kannst du die beiden aufladen die beiden mitnehmen ihr tausch wahrscheinlich dass nein man hat macht's denn du da blödes das ist doch mal kurz gucken hier dass die jungs erst mal wieder wasser kriegen das ist viel wichtiger ja da waren die batterien wahrscheinlich gar nicht richtig aufgeladen so leute jetzt solltet ihr gleich wieder wasser kriegen damit dann diese genau so möchte erst mal hier oben was der sprenkelt hier mit cool so jetzt muss ich mal kurz gucken den kann ich aufnehmen dann kaputt kloppen und jetzt kann ich das so machen jetzt kriege ich da kein brett mehr rein ja schade dann müssen wir hier wieder zauberland wofür wir seine brauchen ach ja alles komplizierter als ich das immer möchte hier ist nämlich auch kein saft auf denke ich mal wenig sie batterien geladen werden der rest ist ja egal aber batterien wären schon wichtig ja sonst gehen mir alle tiere flöten was ja blöd wäre so eventuell muss ich den zaun noch mal anders bauen so hier ist boden wieder drauf machen so jetzt müsste ich gucken hier sehen da macht das anders dann macht ihr mal hier noch hier noch hin erwarten gefummelt wer fummeln und selber zurecht genau hier ist das da kann ich das nämlich anders machen jetzt sagt nicht das geht nicht das geht nicht warum geht das nicht nicht warum geht das denn jetzt nicht das doch doof wird sie doch gerne hier oben langlegen das geht wieder nur da wird es gehen was braucht das geht auch nicht kann man das denn machen ich dachte das geht ist da irgendwo gesehen dass man die rohre oben langlegen kann aber wie aha hier wird es gehen so aber hier wieder nicht doch misst wieso nicht blöd da muss ich mich noch mal schlau machen wie das geht das ist die hier quasi an der decke entlang laufen lassen das muss ja irgendwie gehen wenn wir eben so eine billige decke hier und mal die mal hier dran dann legst du darauf ein rohr ab wenn es geht müsste doch eigentlich gehen jetzt nicht das ist nur deswegen wieso kann ich denn hier jetzt kein rohr ablegen ist das ein komplizierter scheiß scheiße jetzt habe ich nicht aufgepasst jetzt ist die insel weg ach ich bin meinem gefummelt hier so so da war es doch gerade da wenn ich das brett da drunter wieder weg nehme dann kracht es mir zusammen richtig nö dann hält es okay dann muss ich tatsächlich mit hilfsmitteln arbeiten dann wird es gehen den kann auch schon wieder erst einfach beide kochen wir halt gleich was neues was soll es denn so wieso hast du jetzt nichts zu sauf warum letzten minuten kopfhengen ist alles da ach man doch ist ja erst mal egal ist ja nur ein gerüst wie schaffe ich es jetzt hier weiter jetzt und da dann ein hoch ok und schauen sehr schön jetzt gucken was passiert entweder bricht gleich alles zusammen so hält man muss ein bisschen tricks und ein bisschen verspenden aber im endeffekt funktioniert das wohl muss man ein bisschen rum basteln aber gibt schlimmeres so und dann kann hier der zaun rum den ich hier wieder abbaue kannst du auch wieder nicht mit x abbauen ist da alles schrott hier du ja gut kostet ein bisschen materialien mal ausnahmsweise aber man muss ja mal testen muss ja dinge auch einfach mal ausprobieren jetzt käme hier einen sprinkler hin wo ist denn einer hier wahrscheinlich auch wieder springer 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 ist denn der noch hier nach dem ist mit zwei bolzen zwölf kunststoffe eine leiter platte hat schon wieder dunkel wenn euch dann noch mal für eine leiter platte 2 plus kunststoff ganze schon mal alles holen und stoff was war das für den sprinkler zwei bolzen ein rohr verlegt haben wir dann heute super ach so leiter platte bräuchte noch mal eben kopf war waren und lieber schrei mir falsche kiste wie ist es jetzt immer noch und verpacken doch die kann weg das kann wieder weg so sprinkler tut ja nicht weh wenn ich einen mehr habe ich will die da unten ungern abbauen im moment so batterie auf die seite das ding nach hier hin ja gut heute doch jetzt wasser kriegen wenn es eine batterie hat aber an der batterie haben wir ja hier noch eine zum glück wollte sowieso noch ein paar mehr bauen jetzt haben wir erst mal so habe ich das aber falsch um das doch scheiße da ist aber die antenne leute kompliziert der scheiß also rein theoretisch benötigt wasser jetzt nicht mehr aber rein theoretisch muss ich das umdrehen und das rohr muss hier rum kommen hier hier da muss ich alles um eins verschieben man 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 warten aufwand hier und dann umdrehen so das rohr muss ich jetzt noch darüber verlegen ja gut aber da wissen wir hinterher für die kraftstoff tank schon mal so ungefähr bescheid was da auf uns zukommen jetzt muss ich wieder planken verschwenden naja ich mache noch mal eine runde jetzt habe ich gerade wieder richtig spaß hier mit der bastelei und so das macht laune also jetzt muss ich hierhin kommen heißt wir brauchen hier wieder aber billig bitte da 1 da und hier ja sollte ja so funktionieren hier auf die kiste da schauen wir mal machen so ja 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 und hier so kann es doch was werden dann muss das hier kurz wieder weg und ein ordentliches dach ein so jetzt kann die batterie wieder da drauf badum so und hier leider kein brett möglich ne also müssen wir hier ihn wieder dran machen da lassen wir aber da auch zu sonst rennungs die viecher hier alle rein dann muss ja auch nicht sein ok sieht ein bisschen unschön aus gibt aber schlimmeres so haben wir dann hier unten wenigstens die leitungen nicht im weg achso ne ah jetzt komme ich hier nicht wieder raus aber macht auch nichts ich wollte dieses bett sowieso wieder weg hauen so wir müssen nämlich aufpassen dass uns hier nicht aber dann geht es muss halt wirklich echt unterstützen aber ja so sieht es doch viel cooler aus wenn die rohre die sind dann hier auch nicht am boden im weg coole sache also der kann hier so bleiben der bringt dann das wasser nach oben obwohl wenn ich den jetzt schon nach oben stelle naja dann ist blöd kann ich besser noch so einen oben aufbauen wo ich dann mein trinken habe weiß ich noch nicht die batterie ist auch schon wieder leer man 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 trinken wo wir gerade davon reden nein kein feuer kopf hier so dann sehen wir hier noch ein bisschen was ok ja aber insgesamt ist das ungefähr das konzept was ich mir gedacht habe dann können die jetzt alle nach oben also muss nur noch mal gucken wie ich das mit den wiesen wirklich mache immer so ein paar hier weg wir haben wir noch welche da kannst du die nur eben klauen dann haben wir nochmal drei stück können wir da oben mal eben nochmal hin machen das ist wieder so eine kreischer insel so machen wir das denn dann weil hier wollte ich ja frei lassen kommen hier irgendwie andere dinge hin dann muss ich hier nochmal von hier nochmal man kann hier das kabel lang kommen also 123 hier kaputt gehauen und gucken wo wir rauskommen war genau hier drüber fast heißt wir nehmen aber diese leitung jetzt hier achten ich ahne böses ich ahne dass wir hier auch noch mal fummeln dürfen ja wahrscheinlich jetzt nur aber erst mal gucken wie so na gut so dann haben wir hier hallo da und einen noch hier unten und dann bräuchte neue wasserleitung nachkommen war doch gerade schlimm da gar nicht so einfach gar nicht hallo da also da muss erst mal gucken was das ist muss ich für so rohre wieder haben wo waren die denn lager da gut da machen wir jetzt noch eben das eine rohr und ziehen schon mal ein sprinkler um und dann haben wir von morgen die insel ne so und da kommt jetzt wieder zeichen hin ja ist halt so ne dann ziehen wir uns einen sprinkler rüber ja welchen ziehen wir denn raus den hier die batterie kannst du dir mal im schnappen sie dir mal den sprinkler eben hier raus sehr schön ja da hat freut mich doch so hervorragend so dann kann ich doch jetzt nach und nach die viecher hier hoch holen ja und dann die restlichen wiesen und den einen sprinkler dann später nochmal anders verteilen ne zack jo so hä ist er drin ist er next one ja gut gehört jetzt halt zum umzug dazu ne sehr geil sind wir an der insel auch schon wieder vorbei ja egal das hier ist jetzt angedachtes ziel dann müssen die inseln jetzt halt mal warten so unserem zieklein guten tag auch meh moe 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 so wo ist ihr dann hühnchen und dann erst hat schon gelegt dann kann ich die kiste hinterher noch mit hochziehen so die fässer sind meine fässer sammeln doch eben die eier ein hier aber hast du hast du ne ja wäre ja nur noch zwei viechers hier haben wir doch gleich ja aber das muss hier unten natürlich weg und dann haben wir unten komplett maschinen und lagerraum sehr geil aber den bio kannister da den da der muss nach oben weil ja der honig auch oben ist und dann muss ich nicht immer hier rum rennen auch du armes hühnchen der letzte seiner art in diesem käfig hier unten hier oben habt ihr auch mehr platz ich dann noch mehr wiesen aber das dann morgen so ihre haben wir rübergebracht reicht das reich statt für euch wird mal interessieren ob das überhaupt hat funktioniert hier mit den rohren und manchmal abspritzer hier jetzt haben wir kein wasser mehr passt mal auf wasch mal auf doch haben wir noch doch den kann ich auch schon mal weg machen so alles weg so er kriegt da heftig das wasser müssen wir dann wohl alle kaputt auch hier ja ist halt so nähe was habe ich jetzt die achse so das gehört auch noch dazu zum heutigen missions ziel da gucken wir noch mal hier die ganze säule nochmal eben weg klopfen machen wir jetzt aber eben gemeinsam dann ist ja jetzt nicht mehr so lange aber dann haben wir den so hier komplett entsorgt und den rest bauen wir morgen dann oben wieder auf so finde ich eine gute idee eine gute sache sehr schön müssen wir die sachen aus der kiste noch eben mitschleppen sagt sagt und einsammeln können wir morgen noch ja so langsam sind wir fünf minuten rüber haben es aber auch sofort geschafft sondern kann ich die wasserrohre hier wieder einsammeln wird die brauchen wir ja auch nicht mehr coole sache dann machen wir auch noch schnell aber dann haben wir es dann haben wir es ist ja nicht so viel so so haben wir doch ja das hier kannst du ja nicht du könntest auch noch oben rumlegen weil das ist ja ein blödsinn ne so haben wir hier platz weiß noch nicht dann pack mal eben plastik und so weg die hier rein so schauen wir mal drei teile plus die kiste perfekt so dann ist das hier unten auch schon mal weg klasse ja da haben wir jetzt mal die verabschiedung mal hier will noch eben wissen ob es läuft so ja aber wenn euch die runde heute gefallen hat es läuft dann lasst mir noch einen daumen nach oben da wenn euch interessiert wie die reise auf diesem kanal weitergeht dann abonniert ihn euch lasst mir gerne auch eure kommentare da würde ich mich sehr drüber freuen ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch einen schönen Abend bis dahin ciao ciao